Herzlich Willkommen Leute, hier sind wieder eure Gamer Neighbors mit einer weiteren Folge NosGov. Ich bin der Sebastian und auch der Fabio ist wieder am Start. Boah, es geht ab, Leute. So, jetzt gucken wir mal. Boah, hat der einen Eisbogen, ey. Hat der einfach mal so einen Eisbogen. Das glaube ich jetzt aber nicht. Boah, hab ich einen niceen Ladebildschirm. Ha, kommst schon wieder nicht rein. Fabio's PC ist alt. Was ist das hier, Alter? Fabio's PC läuft noch mit Windows Vista. Nee, XP. Ich habe aber Windows 10. Du hast Windows 8. Was jetzt? Ja, und? Trotzdem ist Windows 10 kacke. Sieht ihr, wo es dich hinbringt? In den Ladebildschirm. Ja, der Ladebildschirm ist geil, okay. Oh, wir starten als Mensch. Nie schlecht. Dann kommen wir mal machen, ne? Was sagt denn das Gegnerteam? Zwei Tanks, ein Zombie-Hunter, der richtig geil aussieht, der Skin, und noch ein anderer Hunter mit dem teuersten Skin, den es gibt. Ich bin vergiftet. Ja, hier gibt's hier ein Boot. Oh, warum hab ich Feuer drin? Was ist das? Ich renne. Nein, das ist mein Feuer. Ich renne. Ich hab aus irgendwelchen Gründen ne, 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 ne falsche Klasse drin. Oh, shit. Das ist toll. Oh, wenn ich sterbe, muss ich gleich irgendwie umstellen. Nein, ich hab die falschen Items. Da kommt der Tank. Ich bin wieder. Oh, ich komme. Oh nein, ich geh lieber zurück. Alter. Der kommt da. Im Rage-Modus. Der tötet mich. Ich hab den tot. Keiner da ist. Danke, Leute. Danke. Danke, dass ihr den Tank nicht seht. Denn jetzt tötet er mich auch noch. Wollt ihr den nicht töten? Nein, okay. Ich hab nicht mehr mitgekriegt, dass er neben mir stand. Wieso, wieso, wieso haben sich meine ganzen Dinger zurückgesetzt? Jetzt muss ich hier erstmal wieder alles einstellen. Oh, das ist nice. Kriegen wir gerade aufs Maul. Ja, kriegen wir. Eins zu fein. Ey, wir haben gerade so gut im Grunde geregelt, aber dann, weil auf einer keiner mehr von euch irgendwie genius genug war, irgendeinen Shit zu machen. Das ist eure Schuld. Die Schwäch gibt es auf euch. Wie da so dieser Low-Level-Tank kommt und einfach gibt und keiner checkt das und der Typ da hinten. Ja, roll dich auch noch über uns. Wo ist der denn hin? Die Typen sind so langweilig, ne? Unser Kollege ist langweilig, der hier hinten rennt. Der ist ein Spaß, die. Ich hör da was. Alter, über euch, über euch. Ich hab den geblendet. Der hat dich geworfen oder irgendwen. Was? Wieso kann er mich werfen? Ja, weil das so ein Skill von denen ist. Und ich bin schon wieder alleine hier. Ja, die rippen uns. Keine Chance. Keine Chance. Die sind im Grunde voll schlecht, aber ich weiß gar nicht, was ihr alle veranstaltet hier, ey. Wieso denn ich? Was geh ich dafür wieder? Ey, ich halte es deine Schuld. Ich packe und in die anderen Gegner reinwirft. Deine Schuld. Ausweichen! Hast du schon mal da? Ja, klar. Ich kann halt voll ausweichen. Natürlich. Wieso rennen wir da eigentlich jetzt wieder instant hin? Aber okay. Lass uns in den Tod rennen. Ah, tot und Vernichtung. Ja, wir sind auch wieder hier total aufgesplittet, ne? Okay, ich fall mal auch runter, bevor ich da um angegriffen werde. Da hinten kommen sie alle. Ja, warum doch immer jetzt hier ein Pfeilhagel gemacht hat. Oh, ein Tank. Warum leuchtet der nicht die ganze Zeit so rot? Ja, das ist dieser, das ist dieser Ab... Ja, aber der macht ihn die ganze Zeit einfach an. Und schon wieder bin ich tot. Wo seid ihr? Ja, da ist der eine, der nichts checkt. Jetzt sag nicht, das kriegt ihr nicht... Ich wechsle gleich hier die Klasse. Mein Heal nützt aber auch einen Scheiß-Trick für... Wo ist das Team? Ich verstehe es auch nicht. Die machen nichts, die beiden. Ich check das echt nicht. Jetzt bin ich schon wieder ein Letzter, weil ich nur am Sterben bin. Weil ich ständig alleine bin. Die teilen sich immer sofort auf. Lass uns zusammen rumlaufen. Ich bin hinter dir. Ja. Und sofort wieder tot. Da rechts ist er. Ich weiß. Links Tank? Ja, zurück. Zwei Tanks und beide im roten Modus. Ja, einmal gepackt. Der kommt mit mich reingedasht. Ich kann nicht ausweichen. Er packt mich sofort. Bin tot. Ich wechsle die Klasse. Ich muss irgendwie Damage machen hier. Alles andere gibt gerade keinen Sinn. So krank, ne? Es geht ja einfach nichts. Wir sind da zu zweit und alle vier Vampire auf uns drauf. Und wo ist unser Team? Ja, weiß nicht. Wir brauchen wieder eine halbe Stunde hier. Ich verstehe das. Wo laufen denn rum? Ja, da hinten. Hier müssen wir anscheinend jetzt hinter den Typen her laufen. Da irgendwo ist wieder einer. Ich hab's gehört. Ja, unser Team hat wieder gerade schon wieder in den Arsch geblendet. Besonders, was meine ich? Die rennen nicht weg. Die bleiben ständig stehen. Ich verstehe nicht, wieso. Hinter mir. Jetzt, ich... Der hat mich dreimal gehauen. Und ich hab nur noch 10% Leben. Da kommt ein Tank im roten Modi. Ja. Ey, die haben alle... Wechselt der die ganze Zeit ins Kill, Alter? Weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall wanted. Und der überlebt das wieder. Und dann kommt der nächste Team. Der portet sich randommäßig in meine Richtung und tötet mich einfach. Och, Mann. Alter, der mit dem Zombie-Skin, ne? So ein krasser Bastard, wie der abgeht. Ey. Ich bin gerade so aggro, ne? Ich führe das wirklich gerade auch so krank auf. Das ist so nervig gerade, das Game. So unglaublich nervig. Besonders wie ich das Gefühl habe. Aber ich brauch doch nur schon auf diese Skins gucken. Was dem Gegner-Team schon wieder abgeht, ne? Das sind bestimmt wieder solche Zehntausender-Typen. Ja, wahrscheinlich. Da oben war gerade... Da hinten. Pass auf, der hat was geworfen. Oh. Da siehst du schon wieder nichts. Ja, schon wieder auf mir, auf mir, auf mir. Ja, und ich seh's nicht. Ja, tot. Tot. Ich kann nix machen. Ey, der eine kommt rein, haut mich von hinten. Dann dauert sie eine halbe Stunde, bis das Team sich umdreht. Da kommt ein Tank basht und ich bin tot. Ach, Mann. Keine Chance. Was hier wieder abgeht, sind sie... Ich glaub, heute ist irgendwie Tag der Profis. Die sagen wahrscheinlich, wenn du über 500 Stunden hast, kriegst du heute mehr XP oder so. Ich schau, ich verstehe das nicht. Ich bin grad richtig sauer. Das ist doch scheiße. Erst die eine Runde vorhin, die jetzt... Von mir aus können die Leute drunter schreiben, oh, nimm das Spiel doch fair und, oh... Ich nimm das Spiel nicht fair. Ich kann mich aufregen, wie ich will. Ich scheiß drauf, wenn ich andauert irgendwelche Teamkameraden bekomme. Weißt du? Du bist ja, guck doch auf die Stats. Du bist letzter. Ja, warum? Weil ich die ganze Zeit sterbe. Ach, Mann. Jetzt bin ich da runtergefallen. Und da ist ein Tank. Oh, was geht, Tanks? Ja. Zwei Tanks. Keine Chance. Keine Chance mit diesen zwei Tanks. Wie schafft das ein Gegnerteam wie in der letzten Runde, ein Tank innerhalb von drei Sekunden down zu kriegen? Ich check das ums Verrecken nicht. Wie machen die das bitte? Wie? Ich sag's dir. Wenn wir gleich jetzt irgendwas spielen, ist es innerhalb von drei Sekunden tot. Ja, sowieso. Und wieso hat der einen verfickten so einen Zombie-Skin? Der ist voll geil. Und wieso? Ja, betont. Ihr seid alle hinter mir. Wie kann ich so schwer stehen, wenn ihr alle hinter mir steht? Ja, egal. Scheiß drauf. Ich schlur. Ich fick dieses Scheiß-Game. Ey, nee. Jetzt im Ernst. Wie kann das sein? Ihr standet alle drei hinter mir. Keiner von euch hat geschossen. Wie kann das eigentlich sein? Ich hab auf den anderen geschossen. Ja, ich hab auf den anderen geschossen. Ja, ist halt so. Und wieder einer, der sich hier... Weißt du, ich reg mich wenigstens so auf. Warte, warte. Wie kann ich mit B, ne? Was kann ich denn dafür... Nein, was war das? G oder H? Was war jetzt auf euer Chat? G. G. Müssen wir. Boah, Leute. Ich bin grad nur einfach nur sauer. Ungelogen. Es tut mir leid, wenn es jetzt gerade laut wurde. Ignoriert auch diese Folge wie die letzte. Das ist... Nee, ich kann das grad echt nicht feiern hier. Und die nächsten 20 Folgen könnt ihr auch erlikorieren? Nee, die nicht. Aber ich weiß gar nicht, warum es zu häufig nicht überlegen. Wenn wir normalerweise mal aufgenommen haben, liefen wenigstens die ersten Runden sehr gut oder gut. Und jetzt auf einmal nur Fick dich, Fick dich. Level 3000. Und so ein Shit hier, ey. Nee. So. Alle haben schon... Guck mal, der Flieger hat noch nichts gemacht und ist gleich tot. Einfach so. Alter, ich hab auch... Ich bin auch gleich tot und hab noch nichts hingeschissen gekriegt hier. Hingeschissen gekriegt, genau. Noch nichts geschissen gekriegt hab ich. Och nein. Och... Ach so! Was ist los, Fabio? Ich spring von dem fucking Dach runter und werd von diesen Typen weggesnipet. Es sind drei. Drei Bogenschützen. Ja klar. Die fliegt unser... Alle drei so einen aufgeladenen Schuss reingedrückt in der Luft. Dann war ich jetzt denn tot. Natürlich. Ich bin jetzt auch gleich tot. Ich brauch nur noch einen Schuss abkriegen oder so. Was ist denn mit denen? Ey. Die schießen hier schon die ganze Zeit randommäßig hoch. Ja, wie die ich jetzt hier hoch schieße. Ich hab noch vier AP. Och man, wieso leben die denn in Noskov, die Typen? Ja und bin tot. Wo bleibt die denn? Die sind da immer noch an derselben Stelle und keiner kommt. Spricht du grad ne Ant? Ne, also ne, das war der. Ja. Keine Chance. Du bist tot. So tot. Ja, ich hab nen Kill. Yeah. Das packen wir noch, das Game. Die brauchen ja nur noch drei Kills oder so. Oh, das ist so. Ich kann nicht mehr, ey. Ich verstehe dieses Game gerade nicht. Warum das uns so flachsen will. Warum bekommen wir nur... Ja, ich werd hier schon mal nur angehittet. Das was wir die auch die ganze Zeit nur treffen, ne? Ich check's nicht. Und verrecken nicht. Und die wissen schon wieder, wo ich bin, oder? Ich weiß auch nicht. Die Typen sind krank. Und der Flieger macht auch nix. Der macht nix, der Flieger. Der stirbt nur die ganze Zeit. Jetzt war im Ernst. Der ist dreimal gestorben für gar nix. Guck dir mal seinen Schaden an. What's going fucking on here? Ich check's uns nach Ricken nicht. Die brauchen ein Kill. Ich geh mich jetzt... Ich geh mich jetzt... Nein, ich will mich jetzt sterben. Ihr töntet mich! Komm schon, komm! Ich bin doch nur ein Kill entfernt. Das... Ja, komm. Und da bin ich tot. Fick dieses Game. Ja, noch ein Kill gemacht. Ich verstehe nicht. Ich war doch der Letzte. Brauchen sie halt noch einen. Ich check dieses Game nicht. Warum laufen die mit so Level 300 Skins rum? Leute, das war's mit der Folge. NOSCOB. Schaltet nicht nochmal ein. Das ist voll kacke. Das richtet mich gerade noch auf, was diese Scheiße hier soll. Und bis zum nächsten Mal bei dem verfickten Gamer-Nevers. Haut rein! Haut rein!